11 b. Er nahm ihn beim Kragen, hob ihn mit nur einer Hand vom Pferde und stellte ihn neben dasselbe in das Gras. Dann fuhr er fort. »Habt ihr vielleicht schon einmal einen von uns gesehen?« »Nein«, antwortete der Gefragte, indem er tief Atem holte. Er fühlte einen Grimm in sich, dem er aber keinen Ausdruck zu geben wagte. Er sah sich vor seinen Leuten aufs Äußerste blamiert und hätte am liebsten den Säbel gezogen, um in Old Shatterhand durch den Leib zu stoßen, doch war er überzeugt, dass ihm der Versuch dazu nicht glücken, sondern wieder schlecht bekommen werde. »Also nicht«, meinte der Jäger. »Dennoch bin ich überzeugt, dass ihr uns kennt. Wenigstens werdet ihr unseren Namen gehört haben. Hat man euch einmal von Hobbelfrank erzählt? Hier hält er gerade vor euch.« »Kenn er weder den Mann noch seinen Namen«, murrte der Offizier. »Aber von dem langen Davy und dem dicken Jemmy habt ihr gehört?« »Ja, sollten es etwa diese beiden sein?« »Allerdings«, »schau, das glaube ich nicht.« »Wollte mich etwa wieder Lügen strafen?« »Das lasst bleiben, Sir.« »Old Shatterhand pflegt jedes Wort, welches er spricht, beweisen zu können.« »Old Shatter!«, rief der Lieutenant, indem er einen Schritt zurück trat und die Augen groß und erstaunt auf den Jäger richtete. Die zweite Silbe des Namens war ihm im Munde stecken geblieben. Auch bei seinen Leuten war eine Bewegung der Fähr oder vielmehr der Bewunderung zu bemerken. Man hörte einige Laute »Ah«, welche sie willenlos vernehmen ließen. »Ja, Old Shatterhand«, meinte dieser. »Kennt ihr diesen Namen?« »Den kenne ich. Den kennen wir alle nur zu gut. Und dieser Mann wollt ihr, ihr, ihr sein, Sir?« Seine Miene drückte, indem er den Jäger mit weit geöffneten Augen maß, seinen Zweifel aus. Aber da fiel sein Blick auf das bereits erwähnte, kurzläufige Gewehr mit dem eigenartigen, kugelförmigen Schlosse, und sofort fügte er, indem sein Gesicht eine schnell veränderte Miene zeigte hinzu. »Behold! Ist das nicht ein Henry-Stutzen, Sir?« »Allerdings«, nickte Old Shatterhand, »kennt ihr diese Art von Gewehren?« »Gesehen habe ich noch keines, aber eine genaue Beschreibung hat man mir gegeben. Der Erfinder soll ein sonderbarer Kauz gewesen sein und nur einige angefertigt haben, weil er befürchtete, dass die Indianer und Büffel bald ausgerottet sein würden, falls dieser vielschüssige Stutzen allgemeine Verbreitung fände.« »Die wenigen Exemplare sind verloren gegangen, und nur Old Shatterhand soll noch eins derselben, das allerletzte, besitzen.« »Das ist richtig, Sir. Von den elf oder zwölf Henry-Stutzen, die es überhaupt gegeben hat, ist nur der meinige noch vorhanden. Die anderen sind im Wilden Westen mit ihren Besitzern verschwunden.« »Seid ihr also wirklich, wirklich dieser Old Shatterhand, dieser weitberühmte Westmann, welcher den Kopf eines ausgewachsenen Büffelstieres mit den Händen zu Boden drückt und den stärksten Indianer mit der bloßen Faust niederschmettert?« »Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr noch daran zweifelt, so will ich gern den Beweis antreten. Ich gebe nicht nur Indianern, sondern unter Umständen auch Weißen meine Faust. Wollt ihr sie haben?« Er bog sich im Sattel zu dem Offizier rüber und holte mit der geballten Faust wie zum Schlager aus. Dieser aber wich schnell zurück und rief, »Ich danke, Sir, ich danke. Da will ich euch doch lieber Glauben schenken, ohne diesen Beweis abzuwarten. Ich habe nur diesen einen Schädel und wüsste nicht, woher ich, falls er mir zerschlagen würde, einen anderen nehmen sollte. »Verzeiht, dass ich vorhin nicht sehr höflich gewesen bin. Wir haben alle Veranlassung, gewissen Leuten scharf in das Gesicht zu sehen. Wollt ihr nicht die Güte haben, uns zu begleiten? Meine Kameraden würden sich nicht nur sehr darüber freuen, sondern es als eine Ehre für sich betrachten, wenn es euch gefiele, unser Gast zu sein.« »Wohin?« »Nach Fort Mormont, wohin wir wollen. Da kann ich eure Einladung leider nicht Folge leisten, denn wir müssen nach der entgegengesetzten Richtung, um zu einer bestimmten Stunde mit Freunden zusammenzutreffen.« »Das tut mir aufrichtig leid. Darf ich fragen, wohin ihr wollt, Sir?« »Zunächst nach den Elk-Mountains, wie ich euch schon gesagt habe. Von da wollen wir dann nach den Buck-Mountains hinüber.« »So muss ich euch warnen,« meinte der Offizier, welcher jetzt einen so rücksichtsvollen Ton angeschlagen hatte, als ob er vor einem Huhn vorgesetzten stehe. »Warum? Vor was oder vor wem?« »Vor den Roten.« »Danke, ich habe die Indianer nicht zu fürchten. Überdies wüsste ich nicht, welche Gefahr von dieser Seite drohen könnte. Die Roten leben ja gerade jetzt in tiefem Frieden mit den Weißen, und zumal die Utas, mit denen man es hier zu tun hat, haben seit Jahren nichts getan, was Misstrauen gegen sie erwecken könnte.« »Das ist richtig. Aber gerade darum sind sie jetzt desto mehr ergrimmt. Wir wissen ganz genau, dass sie seit kurzem die Kriegsbeile ausgegraben haben und müssen infolgedessen von Mormern und Indien fort aus beständig Patrouille reiten.« »Wirklich? Davon wissen wir noch nichts. Das glaube ich, denn ihr kommt aus Colorado, bis wohin die Kunde davon noch nicht gedrungen sein kann. Euer Weg führt euch mitten durch das Gebiet der Uta-Indianer. Ich weiß, dass der Name Old Shatterhand bei den Roten aller Nationen große Macht besitzt. Aber nehmt die Sache nicht allzu leicht, Sir. Gerade die Utas haben alle Veranlassung, gegen die Weißen ergrimmt zu sein.« »Warum? Es ist eine Gesellschaft von weißen Goldsuchern in eines der Uta-Lager gebrochen, um Pferde zu rauben. Es war des Nachts. Aber die Utas sind erwacht und haben sich zu Wehr gesetzt, wobei viele von ihnen von den weit besser bewaffneten Weißen getötet worden sind. Diese Letzteren sind mit den Pferden und anderen bei dieser Gelegenheit mitgenommenen Gegenständen entkommen. Doch haben sich die Roten am Morgen aufgemacht, sie zu verfolgen. Die Räuber wurden ereilt und es entspannt sich ein Kampf, welcher abermals viele Menschenleben gekostet hat. Es sollen dabei gegen 60 Indianer erschossen worden, aber auch nur sechs Bleichgesichter entkommen sein. Nun schweifen die Utas umher, um diese sechs zu finden, und zugleich haben sie eine Gesandtschaft nach Fort Union geschickt, welche Schadenersatz verlangen sollte. Für jedes Pferd ein anderes, für die verlorenen Gegenstände in Summe 1000 Dollar und für jeden getöteten Indianer zwei Pferde und ein Gewehr. Das finde ich nicht unwillig. Ist man auf diese Forderungen eingegangen? Nein, Sir, es fällt den Weißen gar nicht ein, den Roten die Berechtigung zu irgendeiner Forderung zuzusprechen. Die Gesandtschaft ist unverrichteter Sache heimgekehrt und infolgedessen sind die Tomahaks ausgegraben worden. Die Utas stehen in Masse auf, und da wir hier im Territorium leider nicht genug Militär besitzen, um sie mit einem Schlage niederwerfen zu können, so hat man sich nach Verbündeten umgesehen. Es sind einige Offiziere zu den Navajos hinab, um sie gegen die Utas zu gewinnen, und das ist auch gelungen. Und was ist den Navajos für ihren Beistand geboten worden? Alle Beute, welche sie machen. Das Gesicht Oshetahens verfinsterte sich, als er dies hörte. Er sagte, kopfschüttelnd, also, erst werden die Utas überfallen, beraubt und ihrer viele getötet. Als sie Bestrafung der Übeltäter und Ersatz verlangen, weist man sie ab, und nun sie die Angelegenheit in die eigenen Hände nehmen, hetzt man die Navajos gegen sie und bezahlt diese Letzteren mit der Beute, welche den Beleidigten abgenommen wird. Ist das ein Wunder zu nennen, wenn sie sich bis zum Äußersten getrieben fühlen? Ihre Erbitterung muss groß sein und wehe nun allerdings dem Weißen, welcher in ihre Hände fällt. Ich habe nur zu gehorchen, Sir, und besitze kein Recht, irgendein Urteil zu fällen. Ich habe euch diese Mitteilung gemacht, um euch zu warnen, Sir. Meine Ansichten dürfen nicht die Eurigen sein. Das begreife ich. Nehmt meinen Dank für die Warnung, und wenn ihr im Fort von der Begegnung mit uns erzählt, so sagt dabei, dass Old Shatterhand kein Feind der Roten ist und es lebhaft bedauert, dass eine reichbegabte Nation zugrunde gehen muss, weil man ihr keine Zeit lässt, sich nach den Gesetzen menschlicher Kultur natürlich zu entwickeln, sondern von ihr verlangt, sich nur so, im Handumdrehen aus einem Jägervolke, in eine moderne Staatsgemeinschaft zu verwandeln. Mit ganz demselben Rechte kann man einen Schulknaben umbringen, weil er noch nicht das Geschick und die Kenntnisse besitzt, General oder Professor der Astronomie zu sein. Goodbye, Sir. Er wendete sein Pferd und Ritt, gefolgt von den drei Gefährten davon, ohne noch einen ferneren Blick auf die Soldaten zu werfen, welche ihm betroffen nachblickten und dann ihren unterbrochenen Ritt fortsetzten. Der Zorn hatte ihn zu seiner letzten und, wie er gar wohl wusste, zwecklosen Rede verleitet. Desto schweigsamer verhielt er sich nun jetzt, als er wortlos dem Gedanken nachhing, dass es ganz umsonst ist, den Bruder Jonathan darüber zu belehren, dass er keine größere Daseinsberechtigung besitze als der Indianer, welcher von Ort zu Ort, von Stelle zu Stelle getrieben wird, bis er, wie vorauszusehen ist, sein zu Tode gehetztes Dasein unbemitteleidet endet. Es verging eine halbe Stunde, dann erwachte Old Shatterhand aus seinem Grübeln, um seine Aufmerksamkeit dem Horizonte zu widmen, welcher jetzt die Form einer dunklen, immer breiter werdenden Linie angenommen hatte. Die Hand nach demselben ausstreckend sagte er, »Dort liegt der Wald, von welchem ich gesprochen habe. Gebt euren Pferden die Sporen, dann werden wir ihn in fünf Minuten erreichen.« Es muss erwähnt werden, dass sich die Umgangsformen zwischen ihm und seinen drei Gefährten in der Weise herausgebildet hatte, dass er sie mit dem vertraulichen Du anredete, während sie bei dem achtungsvollen Sie oder, falls Englisch gesprochen wurde, dem gebräuchlichen You, Ihr, geblieben waren. Keiner von ihnen hätte sich ungestraft von irgendjemand missachten oder gar beleidigen lassen, aber sich auf gleiche Stufe mit ihm zu stellen, das hatten sie doch nicht fertiggebracht. Jetzt wurden die Pferde in Galopp gesetzt und bald erreichten die vier Reiter einen hohen, dichten Fichtenwald, dessen Rand so fest geschlossen zu sein schien, dass zu Pferde an kein Durchkommen zu denken war. Aber Old Shatterhand wusste Bescheid. Er ritt direkt auf eine Stelle zu, trieb sein Pferd durch das schmale Unterholz und befand sich nun auf einem sogenannten Indianerpfad, einer von den zuweilen hier verkehrenden roten ausgetretenen Bahn von kaum drei Fuß Breite. Er stieg zunächst ab, um die Stelle nach neuen Spuren zu durchsuchen. Als er keine fand, stieg er wieder auf und forderte seine Begleiter auf, ihm zu folgen. Hier im heimlichen Urwalde wehte nicht das leiseste Lüftchen und außer den Schritten der Pferde war kein Geräusch zu vernehmen. Old Shatterhand hielt den Stutzenschuss bereit, in der rechten Hand und den Blick scharf nach vorn gerichtet, um bei einer etwaigen feindlichen Begegnung der Erste zu sein, welcher die Waffe auf den Gegner richtet. Aber er war überzeugt, dass es jetzt eine solche Gefahr nicht gebe. Wenn die Roten die Gegend zu Pferde durchstreiften, so befanden sich ihrer so viele beisammen, dass sie gewiss keinen solchen Pfad aufsuchten, wo nichts zu entdecken war und durch die Dichtheit des Waldes die Bewegung erschwert wurde. Es gab auf diesem Pfade nur wenige Stellen, an denen es einem Reiter möglich gewesen wäre, umzukehren. Eine ganze Schar berittener Indianer wäre im Falle eines Angriffes durch nur wenige Fußgänger hier verloren gewesen. Nach längerer Zeit öffnete sich der Pfad auf eine Blöße, in deren Mitte mehrere große Felsblöcke hoch aufeinander getürmt lagen. Sie waren mit Flechten überzogen und in den Ritzen hatten Sträucher die nötige Nahrung für ihre Wurzeln gefunden. Hier hielt Old Shatterhand an, indem er sagte, »Das ist der Ort, an welchem wir den Pferden einige Ruhe gönnen wollen und indessen unsere Präriehunde braten können. Wasser gibt es auch, wie ihr seht.« Es floss nämlich eine kleine Quelle unter den Steinen hervor, schlängelte sich über die Lichtung hin und verlor sich dann im Walde. Die Reiter stiegen ab, gaben ihren Pferdern die Mäuler zum Grasen frei und suchten dann nach Dürremholze, um ein Feuer anzubrennen. Jemmy übernahm es, die Präriehunde abzuhäuten und auszunehmen, und Old Shatterhand entfernte sich, um nachzusehen, ob man an diesem Orte jetzt sicher sei. Der Wald war nämlich nur dreiviertel Stunden breit und wurde quer von dem Indianerpfade durchschnitten. Die Blöße lag ungefähr in der Mitte desselben. Nicht lange, so breit, das Fleisch über dem Feuer und ein gar nicht übler Duft zog durch die Lichtung. Dann kehrte Old Shatterhand zurück. Er war schnellen Schrittes bis an den jenseitigen Waldesrand gegangen, von welchem aus man weit über eine offene Prärie sehen konnte. Sein Auge hatte nichts Verdächtiges gewahren können, und so brachte er den Dreien die Nachricht, dass keine Überraschung zu befürchten sei. Nach einer Stunde war der Braten fertig, und Old Shatterhand nahm sich ein Stück desselben. »Hm«, brummte der Hobbelfrank, »Hundebraten essen! Wenn das früher mal eben eingefallen wäre, mir zu prophezeien, und dass ich den besten Freund des Menschen verspeisen würde, dem hätte ich eine Antwort gegeben, dass ihm die Haare zu Berge gestanden hätten. Aber ich habe eben Hunger und muss es also probieren.« »Er ist ja kein Hund«, erinnerte Jemmy. »Du hast ja gehört, dass dieses Murmeltier nur seiner Stimme wegen fälschlicher Weise den Namen Prärie unterhalten hat. Das bessert an der Sache selbst nicht. Das macht sie vielmehr noch schlimmer. Murmelbraten. Sollte man so was denken? Der Mensch ist doch zuweilen zu recht konsistenten Dingen bestimmt. Na, wollen sehen!« Er nahm sich ein Stück Brust und kostete es verzagt, dann aber klärte sich sein Gesicht auf. Er schob ein größeres Stückchen in den Mund und erklärte Count, »Wach gleich gar nicht übel! Off Ehre! Es schmeckt wirklich beinahe wie Karnickel, wenn auch nicht ganz so fein wie Zickelbraten. Kinder, ich denke, von diesen beiden Hunden wird nicht allzu viel übrig bleiben.« »Wir müssen für den Abend aufheben,« antwortete Davy. »Wir wissen nicht, ob wir heute noch etwas schießen können.« »Ich sorge nicht für später. Wenn ich müde bin und mich in Orpheus ins Armen werfen kann, bin ich vorderhand vollständig zufriedengestellt.« »Morpheus«, heißt es, verbesserte Jemmy. »Schweigst du gleich stille? Du wirst mir doch nicht etwa einen M. von Orpheus machen wollen. Den kenne ich ganz genau. In dem Dorfe Klotsche bei Moritzburg gab es einen Gesangverein, welcher Orpheus in der Oberwelt hieß. Diese Kerle sangen so tellurisch lieblich, dass die Zuhörer stets in den angenehmsten Schlummer sanken. Darum stammt von dort her also aus Klotsche das Sprichwort von dem Orpheus in die Arme sinken. »Schreite dich also nicht mit mir, sondern verzehre deinen Präriehund mit schweigsamer Bedächtigkeit. Dann wird er dir besser bekommen, als wenn du dich mit einem Mann von meinen Erfahrungen herumstreitest. Du wirst, ich bin ein guter Kerl, aber wenn mir jemand beim Essen in den Morphus aufbinden will, da werde ich desperat und importiert.« Old Shatter entwinkte Jemmy zu schweigen, damit das Essen ohne Störung eingenommen werde, konnte aber eine andere Störung nicht verhüten, welche ihn nicht durch den kleinen, erregbaren Hobbelfrank drohte. Wenn die vier Männer sich ganz sicher wähnten, so befanden sie sich in einem großen Irrtum. Es näherte sie ihnen die Gefahr in Gestalt von zwei Reitertrupps, welche ihre Richtung auf den Wald genommen hatten. Der eine dieser Trupps war klein, er bestand nur aus zwei Reitern, welche von Norden her kamen und auf die Fährte von Old Shatterhand und seinen Genossen stießen. Sie hielten an und sprangen von den Pferden, um die Spur zu untersuchen. Die Art und Weise, in welcher dies geschah, ließ vermuten, dass sie keine unerfahrenen Westmänner seien. Sie waren gut bewaffnet, aber ihre Kleidung hatte gelitten. Gewisse Anzeichen machten es denkbar, dass sie in letzter Zeit keine guten Tage erlebt hatten. Was ihre Pferde betraf, so waren dieselben wohlgenährt und munter, doch ohne Sattel, auch ungezäumt und nur mit einem Riemenhalfter versehen. In dieser Weise pflegen die Pferde der Indianer in der Nähe der Lager zu weiden. Was meinst du zu dieser Pferde, Nox? fragte der eine. Sollten wir vielleicht Rote vor uns haben? Nein, antwortete der Gefragte in bestimmten Tone. Also Weiße, woraus schließest du das? Die Pferde waren beschlagen und die Männer ritten nicht hinter, wie die Roten es tun, sondern nebeneinander. Und wie viele sind es? Nur vier. Wir haben also nichts zu fürchten, Hilton. Außer wenn es Soldaten sind. Schau, auch dann nicht. Auf einem Fuhr dürfen wir uns freilich nicht sehen lassen. Da gibt es so viele Augen und Fragen, dass wir uns sicher verraten würden. Aber vier Kavalleristen, die würden nichts aus uns herausbringen. Aus welchen Gründen sollten sie auch wohl die Vermutung ziehen, dass wir zu den Weißen gehören, von denen die Utas überfallen worden sind? Das denke ich freilich auch. Aber oft hat der Teufel sein Spiel, ohne dass man es vorher ahnen kann. Wir befinden uns in einer miserablen Lage. Von den Roten gehetzt und von den Soldaten gesucht, irren wir in dem Gebiet der Utas hin und her. Es war eine Dummheit, uns von diesem Roten Colonel und seinen Trams goldene Berge vormalen zu lassen. Eine Dummheit? Gewiss nicht. Schnell reich werden zu können, das ist eine schöne Sache und ich verzweifle noch lange nicht. In kurzer Zeit wird der Colonel mit dem anderen Trupp nachkommen und dann brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Aber bis dahin kann viel geschehen. Gewiss, wir müssen versuchen, aus dieser schlimmen Lage zu kommen. Nun, denke ich darüber nach, so finde ich nur einen Weg dazu und dieser öffnet sich uns gerade eben jetzt. Welcher Weg wäre das? Wir müssen Weiße zu finden suchen, denen wir uns anschließen. In ihrer Gesellschaft werden wir für Jäger gelten und es wird niemand einfallen, uns in Beziehung zu den Leuten zu bringen, welche die Utas gezwungen haben, das Beil des Krieges auszugraben. Und du meinst, dass wir solche Männer vor uns haben? Ich denke es. Sie sind nach dem Walde. Lasst uns ihnen folgen. Sie ritten auf der Fährte Old Shatterhands dem Walde zu. Dabei sprachen sie von ihren Erlebnissen und Absichten. Aus ihren Reden war zu entnehmen, dass sie Verbündete des Roten Körnels waren. Dieser hatte seinen Trupp, welcher bekanntlich aus den 20 am Eagle Tail entkommenen Tramps bestand, zu vermehren getrachtet. Er war zu der Erkenntnis gekommen, dass seine Schar droben in den Bergen voraussichtlich von den Indianern derb gelichtet werde und dass 20 also viel zu wenig seien. Darum hatte er während des Rittes durch Colorado einen jeden, welcher Lust dazu zeigte, an sich gezogen. Das waren natürlich lauter existenzlose Menschen, deren Moralität gar nicht untersucht zu werden brauchte. Unter ihnen befand sich auch Nox und Hilton, die beiden, welche jetzt dem Walde zuritten. Die Schar des Körnel war bald so groß geworden, dass sie Aufsehen erregen musste und ihre Verproviantierung von Tag zu Tag immer schwieriger wurde. Darum hatte der Körnel den Entschluss gefasst, sie zu teilen. Mit der einen Hälfte wollte er in der Gegend von La Veta über die Rocky Mountains gehen und die andere sollte sich nach Morisso und Georgetown wenden, um das Gebirge dort zu übersteigen. Da Nox und Hilton erfahrene Leute waren, so sollten sie diese zweite Abteilung leiten, eine Aufgabe, welche sie sehr gern übernommen hatten. Sie waren glücklich über die Berge gekommen und hatten in der Gegend von Breckeridge Halt gemacht. Dort war ihnen das Unglück passiert, dass die ausgebrochene Pferdeherde eines Hacieniero bei ihnen vorübergestampft war. Dabei hatten ihre eigenen Pferde sich losgerissen und waren mit den anderen entflohen. Um sich in den Besitz neuer Pferde zu setzen, hatten sie später ein Uta-Lager überfallen und waren von den Indianern verfolgt und geschlagen worden. Nur sechs waren entkommen, aber die Roten hefteten sich auch diesen sechs auf die Fersen. Vier derselben waren gestern noch gefallen und die beiden Anführer Nox und Hilton hatten allein das Glück gehabt, den rächenden Geschossen der Indianer zu entgehen. Davon sprachen sie, als sie sich dem Walde näherten. An demselben angekommen, fanden sie den Indianerpfad und folgten demselben. Sie erreichten die Blöße gerade in dem Augenblick, als das kleine Wortgefecht zwischen Jemmy und dem Hobbelfrank zu Ende war. Als sie die am Feuer sitzende Gesellschaft erblickten, hielten sie für einen Augenblick an, doch dann erkannten sie sofort, dass sie von diesen Leuten nur Gutes anstatt Schlimmes zu gewärtigen hatten.